Die Ausstellung Tanz Max Pechstein in der Tübinger Kunsthalle neigt sich ihrem Ende entgegen. Nur noch bis einschließlich Sonntag sind die Werke des deutschen Expressionisten dort zu sehen. Und der war schon immer von der Bewegung des menschlichen Körpers fasziniert und hat diese zum Thema zahlreicher Bilder gemacht. Es ist die Zeit des Aufbruchs und des Ausbruchs aus starren Konventionen zu Beginn der 20er Jahre des 20. Jahrhunderts. Zum Abschied der Schau ist die Kunsthalle am Freitag, Samstag und Sonntag jeweils bis 19 Uhr für Besucher geöffnet.